Und dann würde ich sagen, drehen wir die Musik auf. Ihr braucht nur noch eine Matte. Reines Bodyweight Training heute. Und wie gesagt, schwerpunktmäßig heute viel, viel Beine und Po. Dann würde ich sagen, starten wir. So, ihr öffnet mal beide Beine. Die Push-Besten schauen nach außen. Und wir beginnen ganz locker, die Arme tief zu führen. Tief. Das Ganze machen wir achtmal. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Drei. Achtung, jetzt kommt ihr in eine zuvor. Eins. Ihr könnt die Arme schön lang und strecken. Geht tief, kommt hoch. Tief, hoch. Sehr gut. Auch hier geben wir euch noch acht Stück mehr. Noch acht. Sieben. Sechs. Sechs. Macht euch lang. Fünf. Die letzten vier. Vier. Drei. Zwei. Achtung. Rotation. Oberkörper. Lass die Hüften schön neutral in der Mitte. Vier. 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 Jetzt kommt die Diagonal zu den Push-Spitten. Sieben. Sechs. Vier. Vier. Nur noch. Vier. 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 Ach, wir machen noch acht. Komm. Nur noch acht. Sieben Mal. Sechs. Vier. Die letzten vier. Vier noch. Vier. 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 Letzter. Bleibt einmal in der Mitte. Setzt eure Hände ab. Streckt und beugt die Beine. Schiebt mal den Fuß schön hoch. Genau. Hoch, tief. Davon geben wir euch noch vier Stück mehr jetzt. Noch vier. Drei. Zwei. Rollt euch jetzt nach oben auf. Okay. Und beginnt mal eure Schultern locker zu treiben. Auch davon macht ihr noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Die letzten vier Mal. Vier noch. Drei. Und zwei. Wir beginnen ganz locker mit einem Step-Touch. Gut. Wir fangen ganz entspannt an. Macht mal einen schönen großen Schritt. Zieht die Arme locker nach vorn. Und jetzt gehen wir zwei. Doppelt. Fass. Gut. Wir wollen jetzt anfänglich ein bisschen den Puls nach oben bringen. Aber nicht doll. Einfach nur ein bisschen. Also Puls nach oben bringen. Kreislauf und Schwung. Wie auch immer ihr das Ganze nett wollt. Aber. Das habt ihr natürlich selbst in der Hand. Wenn ihr wollt. Bleibt ihr moderat. So wie Tina. Oder. Kommt mit mir in einen ganz leichten Jump. Ja. Eins. Nur die ersten sechs Minuten. Obwohl nicht mal sechs. Drei. Nur vier. Noch vier. Drei mehr. Zwei. Achtung. Ein Lunge zur Seite. Und. Tap. Wenn ihr mehr wollt. Macht ihr den Jumping Jack. Wie gesagt Leute. Auch. Wenn Bauch, Beine, Po und Ruder steht. Bleibt bei Bauch, Beine, Po. Nur die ersten vier Minuten. Und. Noch sieben. Noch sechs. Noch fünf. Die letzten vier Mal. Drei mehr. Zwei Mal. Achtung. Lunge es nach hinten. Bringt den Oberkörper nach vorn. Und zieht die Arme schön lang. Sehr gut. Höp. 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 Wenn ihr wollt. Kommt ein Stückchen tiefer. Für die letzten acht. Noch acht. Sieben. Noch sechs Mal. Dritten. Und die letzten. Vier mehr. Nur noch. Drei. Und. Beine. Ihr macht weiter mit einem Single Knee Lift. Tap. Ziehen wir die Knie schön nach oben. Die Arme lang strecken. Hoch. Hoch. Wunderbar. Tap. Tap. Auch hier geben wir euch noch acht Stück mehr. Noch acht. Sieben. Noch sechs. Fünf. Mach die letzten vier. Vier mehr. Nur noch drei. Drei. Wir starten nochmal von Anfang an. Mit dem doppelten Step Touch. Entweder moderat. Oder mit einem Jump. Tap. Oder wir sind leicht verschwunden aus dem Weg. Nochmal. Kommt. Hoch. Und. Hoch. Wunderbar. Ihr habt noch acht Stück mehr, Leute. Kommt. Noch acht. Sieben. Und. Noch sechs. Fünfmal mehr. Die letzten vier. Vier noch. Und. Drei. Zwei. Der Jumping Jack. Oder. Sein Lunge. Oben ist tief. Genau. Die Arme richtig schön lang nach oben ziehen. Blick nach vorn. Acht Stück geben wir euch noch. Jetzt noch acht. Sieben. Noch sechs. Fünf. Und die letzten vier Stück. Viermal. Nur noch. Drei. Gleich kommt nochmal. Die Lunge ist nach hinten. Jetzt. Kommt. Oberkampf ein Stück tiefer. Macht die letzten. Noch vier. Drei. Drei. Jetzt sind die letzten acht Stück für euch. Und dann haben wir es. Noch acht. Sieben. Fünf. Noch sechs. Fünf. Macht noch vier Stück. Vier mehr. Drei. Und. Bein. Eine Runde nochmal der Knee lift. Jetzt. Kommt. Hoch. Knie richtig schön nach oben ziehen. Die Arme lang strecken. Bein. Tapp. Tapp. Gut Leute. Gleich geht es los mit unserer ersten Runde. Wir machen die alle letzten acht Stück ab jetzt. Noch ab. Und. Sieben. Nur noch. Sechs. Weiter. Fünf mehr. Vier. Und. Drei. Die letzten. Ihr marschiert am Platz locker. Sehr gut. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Ich mache die Musik extra ein bisschen langsamer. Schaut her. Ihr startet mit einem Split Squat. Split Squat. Und dann. Ziehen wir mal. Obwohl. Bist du was? Ihr könnt den Fuß ransetzen. Tapp. Oder. Ihr zieht die Arme von oben nach unten. Zeit beginnt. Ab jetzt. Tapp. Macht es in eurem Tempo. Wichtig ist, dass der Rücken schön lang bleibt. Und ihr kontrolliert arbeitet. Haltzeit. Noch acht. Sieben. Sechs. Versucht schön tief zu gehen. Noch vier. Drei. Zwei. Wir machen alle noch ein. Und stopp. Seitenwechsel. Wichtig, wie gesagt. Das Bein, welches am Stand am Platz bleibt. Bleibt schön lang gestreckt. Los geht's ab. Gut. 30 Sekunden. Ab jetzt. Sieht. Schön kontrolliert. Der Bauch wird gespannt. Sehr gut. Und die letzten. Noch 15 Sekunden. Sieben. Sechs. Fünf. Mach die letzten. Vier mehr. Drei. Zwei. Jeder noch ein. Kommt. Letzter. Und stopp. Sehr gut. Übung zu zwei. Öffnet eure Füße. Eure Beine. Die Fußspitzen schauen schön nach außen. Schultern zurück. Nur kurz zur Unten federn. Los geht's. Tief. Kurze. Tief. Tief. Wichtig ist, lasst beide Füße schön fest am Boden. Beide Füße bleiben schön fest inklusive eure Fersen. Die letzten nur noch acht. Noch sieben. Entspannt den Schulterhüttel. Jawohl. Die letzten. Vier. Nur noch. Drei. Zweimal noch. Letzter. Und stopp. Gut. Bewegt euch. Das war Runde eins. Wir beginnen mit Runde zwei. Splitsquart rechts. Splitsquart links. Und der Sumo-Squart. Auf geht's. Stopp. Und wie gesagt. Euer Tempo. Eure Intensität. Kommt. Den Rücken schön lang lassen. Arme sind kraftvoll. Halbzeit. Zieht. Kommt. Wunderbar. Die letzten Körbeleiter. Noch vier Stück. Drei. Zwei. Jeder macht noch ein. Und stopp. Sehr gut. Ihr kommt klar, oder? Ja. Das ist gut. Dann legen wir los. Ab jetzt. Kommt. 30 Sekunden starten. Ab jetzt. Bein. Oberkörper nach vorn verlagern. Tief. Und zieht. Sehr gut. Wir geben euch die letzten 15 Sekunden. Noch sieben. Sechs. Zieht. Fünf. Nur noch. Vier. Drei. Wunderbar. Drei mehr. Kommt. Einen haben wir noch. Letzter. Und stopp. Und jetzt beide. Beide Füße weit erknütteln. Fußspitzen nach außen. Schultern zurück. Und die Federn unten kommen. Tief. Schönen kurzen Federn. Nochmal. Acht. Sieben. Lass den Rücken ganz lang. Den Schalterpunkt zur Decke gerichtet. Vier. Drei. Sein. Eben hatten wir auch ein paar mehr. Deswegen gehen wir jetzt noch. Acht. Achtung. Kommt. Sieben. Sechs noch. Und. Fünf mehr. Die letzten kommt. Vier. Nur noch drei. Drei. Die letzten zwei. Seiner. Ihr dürft euch einmal easy nach oben aufrollen. Hup. Gut. Das war Runde zwei. Beide gehen. Mit. Genau. Runde drei. Seid ihr stark? Klar. Klar. Okay. Los geht's. Kommt. Bis kurz. Runde drei. Und damit eure letzte. Schön aktiv. Beugen. Zack. Und hoch. Machen noch 15 Sekunden, Leute. Kommt. Vier. Sieben. Sechs. Sind mehr. Und es sind noch vier Stück. Drei. Zwei. Jeder macht jetzt noch ein. Kommt. Einer. Und. Stopp. Wechsel mit noch einmal. Andere so weiter. Los geht's jetzt. Team. Zack. Kommt. Oberkörper schön nach vorn. Noch acht. Sieben. Sechs. Kommt. Zieht durch. Noch vier. Drei. Drei. Leute. Noch 15 Sekunden. Kommt. Acht. Sieben. Sechs. Oh. So wird angeschweinert. Vier. Drei. Kommt. Die letzten zwei. Drei. Oder noch. Und letzter. Einmal noch. Die weiten Squalls. Holt los. Frisch spitzen nach außen. Bauchnabel leicht fixieren. Eine Stufe tiefer. Und Federn. Und Federn. Schön runter. Seid lang im Rücken. Tief. 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 Und zieht. Zieht. Spürt ihr eure Beine, Leute? Ja. Okay. Wir haben jetzt noch acht. Noch acht. Noch sieben. Noch sechs. Und. Fünf mehr. Nur noch. Vier. Yep. Drei mehr. Und jetzt noch. Zwei. Auch hier dürft ihr euch noch einmal nach oben aufrollen. Gut. Wenn ihr einen Schluck trinken wollt, macht ihr es jetzt. Komm. Ich stoße einmal mit euch an. Tief. Prost, Leute. So. Gut. Seid ihr bereit für die nächste Runde? Na klar. Pass auf. Folgende Übung. Ein Fuß geht nach hinten. Ganz simpel. Ihr geht in die Rotation. Ausfahrtschritt. Und den Oberkörper über den vorderen Oberschenkel zieht. Ja. Macht euch bereit. Bauch ist fest. In vier. Drei. Zwei. Los geht's. Zack. Zwei. Genau. Lasst die Schultern schön tief. Nochmal. Eins. Zwei. Drei. Wenn es euch zu viel ist mit der Rotation und ihr das Gefühl habt, ihr habt Schwierigkeiten, Balance zu halten, dann dürft ihr die Arme auch gerne unten lassen. Wir geben euch noch vier Stück mehr. Vier. Und. Drei. Zwei. Wechselt den Fuß. Großer Schritt. Lasst eure hintere Ferse schön oben. Rotation oder Arme tief. Kommt. Eins. Zwei. Genau. Drei. Tina hat jetzt die Einsteiger, was heißt Einsteiger Variante, aber die auf Nummer sicher Balance Variante. Die Arme einfach schön lang unten lassen. Genau. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, die Rotation mitzunehmen, bleiben die Arme tief. Kommt. Geht tief. Hoch. Tief. Hoch. Wir geben euch noch. Vier Stück. Jawohl. Noch vier. Und. Drei mehr. Die letzten. Drei. Und. Stopp. Sehr gut. Hand auf. Schließt eure Füße. Bringt die Arme zur Seite. Eine Seite ist euer Standbein. In dem Fall am besten eure linke Seite. Rechtes Bein zur Seite. Und jetzt heben und senken wir. Hoch. Tief. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, das Gleisgebein zu halten, dann sucht euch einfach eine Band, an der ihr euch abschützen könnt. Hoch. Tief. So. So ist es ein bisschen langweilig, oder? Machen wir das Ganze. Kommt in doppeltem Tempo. Zack. Hoch. Zieht. Und. Zieht. Zieht. Bauch ist fest. Schön gerade bleiben. Die letzten vier. Noch drei. Wir machen gleich einen unmittelbaren Wächsle zur anderen Seite. Jetzt. Los geht's. Langsam. Noch sechs. Weiter. Fünf. Noch. Sehr gut. Vier. Immer schön aufgerichtet bleiben. Drei. Lass die Arme lang gestreckt. Nochmal acht in dem Tempo. Langsam. Acht mehr. Sieben. Sehr gut. Sechs noch. Sechs mal. Fünf. Und ihr schafft noch vier. Sehr schön. Ja. Drei. Wunderbar. Drei mehr. Jetzt nochmal. Doppeltes Tempo, Leute. Let's go. Acht. Und. Sieben. Zieht durch. Kommt. Noch sechs. Fünf. Die allerletzten. Vier. Drei. Und. Drei. Letzter. Stopp. Puh. Gut. Runde zwei. Ausfallschritt. Hinteren Fuß schön weit nach hinten. Und wieder in die Rotation. Oder die Arme bleiben tief. Macht es so, wie es passt. Sechzehn Wiederholung. Eins. Zwei. Drei. Schaut mal. Wenn ihr die Arme hier oben habt, dann lasst die Ellenbogen leicht gebeugt. Und lasst die Scheitelpunkt schön zurückgerichtet. Jetzt noch acht. Sieben. Und. Sechs mehr. Wunderbar. Fünfte. Macht noch vier. Vier. Und. Drei. Die letzten. Drei. Einhaft genug. Nächste die Seite. Anderer Fuß. Okay. Nachholen ist auch eine Option. Das ist doch auch praktisch. So. Wir beginnen. In vier. In drei. In zwei. Los geht's. Kommt. Versucht mal, das hintere Knie schön tief zu führen. Sehr gut. Und gerne die Halsbüttelsäule eurer Bewegung ein bisschen mit anpacken. Acht haben wir noch. Acht. Und. Sieben noch. Die letzten. Sechs mehr. Weiter. Fünf. Nur noch. Es sind noch vier. Vier. Nur noch. Drei. Die letzten. Zwei mehr. Und. Stopp. Gut. Beinabduktion zur Seite. Stabilisstandbein. Schultern zurück. Arme zur Seite. Und ihr hebt und senkt. Kommt. Aufgehen. Eins. Zwei. Schön lang und gerade bleiben. Vier. Weiter. Fünf. Genau. Sechs. Weiter. Sieben. Wollt ihr noch acht? Ja. Gut. Es gibt noch acht. Die letzten sieben. Kommt. Sieben. Sechs mal mehr. Sechs noch. Fünf. Jetzt noch vier. Vier. Drei. Und ihr wisst, was kommt. Zwei. Genau. Doppeltes Tempo, Leute. Los geht's. Sieben. Und sieben. Noch sechs. Kommt. Mit Energie. Fünf. Nur noch. Vier. Die letzten drei. Ein direkter Weg zu zur anderen Seite. Letzter. Eins. Drei. Drei. Lass die Arme schwer. Streckt. Fünf. Und sechs. Sieben. Wir geben euch noch acht Stück davon. Yes. Acht mehr. Sehr gut. Sieben. Sechs. Und fünf. Kommt. Lass die letzten vier Stück. Drei. Gleich das Ganze nochmal. Im Doppeltempo machen. Yes. Sieben. Und sieben. Noch sechs. Noch fünf. Die letzten vier. Drei. Nur noch zweimal. Drei. Kletter. Fertig. Fertig. Gut, Leute. Passt auf. Wir belassen uns zwei Runden. Schnappt euch jetzt die Matte. Und wir gehen zum Bund. So. Ganz klassische Übung. Ihr positioniert die Hände unter euren Schultern. Stützt euch schön aus dem Schulterbütt raus. Die Knie bleiben unmittelbar unter eurer Hüfte. Und von hier aus hebt und senkt ihr das Bein. Drei. Komm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Genau. Fünf. Sonst. Sechs. Sieben. Acht Stück geben wir euch noch. Jetzt. Die letzten. Sieben. Nochmal. Sechs mehr. Fünf. Noch vier Stück. Vier. Dann zieht man das Knie richtig schön hoch. Zwei noch. Zwei. Doppeltes Tempo. Okay. Doppeltes Tempo. Zieht. Zieht. Und hoch. Hoch. Kraftvoll. Die letzten. Nur noch. Vier. Drei. Und. Zwei. Ihr macht einen direkten Wechsel. Los geht. Eins. Zwei. Bleibt in eurem Rücken richtig schön gerade und fest. Zwei. Fünf. Sechs. Sieben. Acht Stück geben wir euch noch in dem Tempo. Kommt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Vier noch. Jawohl. Drei. Zwei. Jetzt dürft ihr das Ganze noch einmal schneller machen, wenn ihr wollt. Kommt. Sieben. Und. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Und. Drei. Oh. Zwei. Letzter. Und stopp. Dreht euch eine Runde auf den Rücken. So. Okay. Eine schöne Runde für den Bauch. Ganz simpel, Leute. Die Füße bleiben am Boden stehen. Wenn ihr jetzt ohne Unterstützung des Kopfes arbeiten wollt, also ohne die Hände. So. Machen wir das Ganze. Dann schiebt ihr die Arme schön nach vorn. Legt euer Kinn auf der Brust ab. Und zieht euch. Ihr könnt auch die Hände von der Brust lassen. Oder die Hände hinter dem Kopf. Ganz klassische Sit-Up. Macht es in eurem eigenen Tempo. Das ist wichtig. Mit der Bewegung nach oben ausatmen. Und. Nochmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Weiter. Fünf. Sechs. Sieben. Acht Stück haben wir noch. Und jetzt. Stopp. Noch acht. Sechs. Sieben. Legen. Ja, ja. Sechs. Mit den Höhlen. Die letzten noch. Vier. Noch drei. Zwei. Achtung. Kurze Pause. So. Ganz simpel. Streck den rechten Arm zur Seite. Das rechte Bein lang. Und jetzt zieht ihr in die Diagonale. Zieht. Und. Zieht. Wenn es euch zu viel ist, mit den Beinen zu arbeiten, könnt ihr isoliert nur den Oberkörper ziehen. Hopp. Macht euch schön klein. Kommt. Hoch. Lang. Da wir die ganze Atmung mitnehmen. Acht Stück haben wir noch. Los geht's. Kommt. Noch acht. Sieben. Die letzten. Sechs. Fünf. Vier Stütze ist noch. Vier. Drei. Ihr macht einen direkten Wechsel in die andere Seite. Los geht's. Kommt. Eins. Zwei. Drei. Schön die Oberkörper hochziehen, Leute. Kommt. Fünf. Sechs. Sieben. Und ihr habt noch acht mehr. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Macht noch vier Stück. Vier. Drei. Seine. Wir hatten eben auch im Handel. Sie müssen noch vier. Kommt. Vier. Drei. Zwei. Setzt die Füße am Boden ab. Bringt eure Arme nach vorn. Kinn auf der Brust. Ablegen. Und jetzt schiebt ihr eine kurze Bewegung. Zieht. Die letzten. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und stopp. Wunderbar. Kommt hoch. Und geht zurück zur ersten Übung. Bein ab und zu zur Seite. So. Positioniert die Hände wieder unter euren Schultern. Und ihr legt los. Ab jetzt. Kommt. Eins. Drei. Kommt. Kommt. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht Stück haben wir noch. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Macht noch vier Stück. Viermal. Drei. Ihr dürft das Tempo gleich nochmal verdoppeln. Achtung. Startet jetzt. Kommt. Noch acht. Und sieben. Schön nach außen drehen. Sechs. Fünf. Die allerletzten. Noch vier. Und. Sein. Zwei. Wechselt die Seite. Los geht's. Eine Stufe. Zwei. Und. Drei. Vier. Achtet immer schön darauf, dass eure Hüfte möglich neutral in der Mitte bleibt und ihr wirklich nur das Knie zieht. Acht habt ihr noch. Acht. Sieben. Jetzt noch. Sechs. Mehr. Und. Fünf. Noch die letzten. Vier. Drei. Fünf. So Leute. Nochmal doppeltes Tempo. Kommt. Sieb. Acht. Und. Sieben. Sechs. Fünf. Und ihr schafft noch vier Stück. Viermal. Drei. Zwei. Letzte. Fertig. Und Rückenlage. Juhu. So. Zur Mitte. Sit up. Hände hinter den Topf. Pulle dich los oder lang nach vorne. Los geht's. Eins. Drei. Drei. Vier. Ganze Atmen. Füchlingeln. Schön klein machen. Sechs. Sieben. Acht. Noch mal. Komm. Eins. Drei. Drei. Vier. Weiter. Fünf. Und. Sechs. Sieben. Wann ist es so schön? Die letzten acht Leute. Komm. Acht noch. Sieben. Jetzt noch sechs. Sechs mehr. Fünf noch. Noch vier. Vier mehr. Drei. Komm. Noch zwei. Ei, ei. Jetzt ist eine kleine Pause. Ei, ei, ei. Puh. Arm zur Seite. Handtüte den Kopf. Linkes Bein lang ausstrecken. Und jetzt zieht diagonal. Komm. Zack. Und. Nehmt die Atmung mit. Macht dich klein. Und versucht den Oberkörper schön hochziehen. Zieht. Zieht. Und. Zieht. Und. Zieht. So Leute. Ihr habt noch acht Stück. Und zwar ab jetzt. Noch acht. Sieben. Noch sechs. Fünf. Die letzten vier Stück. Vier mal. Drei noch. Zwei. Direkter Wechsel. Los geht es. Eins. Zwei. Drei. Vier. Weiter. Fünf. Macht euch ganz klein. Sechs. Sieben. Wollt ihr noch acht? Ja. Okay. Natürlich. Was für eine Frage. Was für eine Frage. Noch sechs. Noch fünf. Die letzten. Vier mal. Drei. Drei. Jetzt dürft ihr die Arme noch mal nach vorne schieben. Und jetzt. Zack. Zack. Schieben vor. Schieben vor. Die letzten nur noch vier. Drei. Und. Zwei. Und. Let's go. Okay. Leute. Passt auf. Wir kommen hoch. Nee. Tina und ich mussten gerade noch mal so eine kleine Absprache halten untereinander. Ob wir jetzt noch einen dritten Block davon machen. Oder ob wir euch noch eine neue Übung geben. Das machen wir. Okay. Tina hat das Sagen heute. Dritte Übung. Neue Übung. Also. Ihr kommt einmal in die Plank. Los geht's. Stürzt. Stürzt euch einmal richtig schön aus. Die Schulter wird raus. Die Schulter wird raus. Die Fußspitzen bleiben fest am Boden. Und die Schulter wird raus. Und von hier aus schiebt ihr euch links vor und rücken. Vor und rücken. Vor und rücken. Vor. Rück. Vor und rücken. Kommt. Der Rücken bleibt schön fest. Noch acht. Sieben. Und. Sieben. Sechs. Fünf. Weiter. Vier. Drei. Zwei. Reicht ihr noch acht? Na klar. Noch acht. Sieben. Und. Sechs. Fünf. Macht die letzten vier. Vier. Ihr könnt natürlich auch nur halten. Wenn es euch zu viel ist, dann haltet ihr nur. Letzter. Und. Hause. Rückenlage. So. Die Beine von eben, die machen wir noch einmal. Aber ein bisschen abgeändert. Und zwar bringen wir jetzt die Beine nach oben. Zur Mitte. Still up. Los geht's. Jetzt. Eins. Zwei. Macht euch schön klein. Drei. Vier. Ihr könnt die Füße auch überschlagen. Dann habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Stabilität. Unten in eurem Lendenwüffelbereich. Optional. Könnt ihr die Füße auch parallel lassen. Sieben. Sechs. Fünf. Macht noch vier. Vier. Drei. Zwei. Jetzt zur Seite schieben. Im Wechsel. Eins. Zwei. Zieht den Oberkörper schön hoch. Und dreht euch dabei weit ein. Fünf. Sechs. Sieben. Sieben. Ihr bekommt noch acht. Noch acht. Ja. Sieben. Noch sechs. Sechs. Fünf. Macht noch vier Stück. Vier. Drei. Zwei. Kommt leider. Bleibt mal in den Schwung und macht die letzten acht. Yes. Noch acht. Und sieben. Sechs. Fünf. Die letzten vier Stück. Vier. Drei. Zwei. Letzte. Und Pause. Einmal noch die Plank. Zack. Umdrehen. So, Leute. Hände wieder unter den Schultern positionieren. Also die Füße stellt ihr auf. Bauchnabel nach innen. Und ihr beginnt jetzt. Kommt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Weiter. Fünf. Und sechs. Sieben. Wollt ihr noch acht? Natürlich. Ich muss doch gar nicht mehr fragen. Die letzten. Komm. Sieben. Sechs. Fünf. Macht noch vier. Vier. Drei. Zwei. Der letzte. Und stopp. Stopp. So gut, Leute. Ihr dürft euch einmal auf den Rücken drehen. Ein klitzel kleines Stretching noch zum Schluss. Streckt mal die Fußspitzen richtig schön. Lappet euch. Zieht eure Bauchdecke in die Länge. Atmet gleichmäßig ein und aus. Stellt beide Füße auf. Streckt eure Arme seilig aus. Legt beide Beine geschlossen zur rechten Seite. Den Kopf dreht ihr zu links. Und die Seite wechseln. Und die Seite wechseln. Und die kommt zurück zum Mitte. Zieht mal beide Beine zur Brust, umschließt eure Oberschenkel, spannt den Beckenbogen an und rollt euch einmal auf. Zack. So, Kreislauf ist in Ordnung, oder? Natürlich. Einfach aufstehen. So, drehen wir euch einmal gerade. Ganz zum Schluss, dehnt ihr nochmal die Vorderseite eures Oberschenkels, greift an die Fußspitze. Drückt mal die Fußspitze leicht gegen eure Hand und das Knie wandert leicht nach hinten. Wechselt die Seite an der Fuß. Zack. Einmal nach oben. Versucht schön gerade zu bleiben. Das ist die Spannung. Öffnet mal beide Beine. Kommt einmal tief, setzt die Hände am Boden ab, streckt mal die Beine schön weit durch und schaut durch eure Beine nach hinten durch. Dreht mal die Fingerspitzen zurück und zieht mal den Oberkörper weit in Richtung Oberschenkel. Und die Hände kommen wieder nach vorne. Dreht euch jetzt mal zur Seite, dreht mal die rechte Fußspitze mit nach außen und beide Fingerspitzen wandern zur rechten Fußspitze. Und ihr wechselt zur anderen Seite, die Fußspitze hier auch nach außen drehen, den Oberkörper mit in die Rotation dreht. Kommt zurück zur Mitte, beugt mal eure Knie und rollt euch nach oben auf. Sehr gut. So ihr Lieben, holt nochmal tief Luft. Schwingt euch aus. Ein letztes Mal tief einatmen. Nochmal recken und strecken schön lang ziehen. Und die Arme zur Seite führen. Sehr gut. Das war's für heute. Das war's für heute. So ihr Lieben, was ihr Lieben, wenn du richtig strecken sollst. So ihr Lieben, es ist nicht schmerz. So ihr Lieben, mit einem Schmerz das machen. Also Must sein, dauer dich euch auf die Uhrordnissen. So ihr Lieben, viele Leute.